Joooo Leute was geht ab??? Aber klar doch! Alter Sanjay hat der Maul! Auf gehts auf gehts! Ready ready woop woop auf ein neues! Boah wie will wir das mal sehen? Und! Tschüss! Tschüss! Boah wer hat doch diese hässigen Sprecher eingeladen Ja Spieler Dialog, was? Ey das läuft ja wirklich noch flüssig Ja! Das macht doch einfach gar keinen Unterschied in der Falle mal Absolut nicht! ich bin mal mit der pfz bei mir oh ich bin gestorben stefan hey ich hab immer noch die 88 schwankt nur ein bisschen mehr glaube ich oh mein triggerfinger ist richtig low geworden nachdem wenn ich die spiel mein triggerfinger das ist für mich das ist für mich ein wahnsinns fetterer staubsauger dieses job shot nicht so effektiv so wie eine pistol aber du bist ein pistolensohn zumindest gold die pistole was ist schon eine pistole das muss mir nicht glorreich ich finde auch das movement ist wunderschön habt ihr euch eigentlich dieses leiden gemeintet? nein war super ich finde das der sie movement ist besser abgeschossen mein glorreicher glorreicher natürlich sie sind erledigt und stefan so geht das bist du schlecht Alter was? jeden soll's hey die MP5 ist mega OP also heute mit dem Grund filmen das ist heute eine MP5 die haben das Redout einfach aus mw2 kopiert damit bin ich nun ziemlich zufrieden nicht es gibt doch du kannst du wittert einstellen ne? das ist mir über Wettervarianten frei das freut mich nicht wieso es sind hier so viele die hier alle gespawnt kudor level 6 ja sieht nicht flüssig aus das sieht nie flüssig aus wenn nicht legt der olle sich da wieder hin das ist genau wie das genau wie need for speed das fühlt sich olle weil wir doch wieder gestorben im ähm im menü das sieht schon ganz äh 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 habt ihr die FPS dann gelockt? für euch? nein könnte aber helfen war doch kein Unterschied ich hab keine Lust dazu die sind ultra unkonstant die pendeln bei mir die ganze Zeit zwischen 60 und 100 was? für mich kommen die ganze Zeit das mega krass unkonstant jetzt hab ich 80 ach sowieso kein Unterschied auf welchem Settings kann das Spiel doch da war das nicht mal gestiert was? das blameneinheit wieso halten manche Leute eigentlich drei Magazine aus wie in The Division? wie sind das? soll ich hier noch eine andere Klasse? aber wieso kann man denn ja das ist schon schlimm Klasse ändert sich beim Wiedereinschneeg steckst du und mal komm mit C mal drück mal C hä? da duckst du dich doch ne mit C kannst du sliden stimmt ich hab bloß auf A hält das ist natürlich viel besser zu erreichen ja soll ich noch besser zu erreichen Achtung feindliche Beladung gesichtet wieso renne ich so schnell hä? fein ausgescheitert renne ich so schnell ey das ist ja viel besser als Jobschotten ne ich bleib auf einem normalen Jobschotten so ich hab mir gerade überlegt ob es normale Jobschotten geht genauer gut Achtung feindliche Drohne nähert sich wenn ihr die immer mit ihren heimlichen Drogen an dem er geht ich bin ein Königsmörrrr da mein Geragdromhild ich hab wieder Kriegsmaschine machine das hier hä? wieso kann man hier hinten auf den Säckern rumlaufen nur hier ist die Luft schadet niemand rum feind ausgescheitert ich hab die Schwebeladung bereit wo das ist wirklich schlimm das Ding was macht das denn überhaupt so ein vergescheuertes teil was ist so ein vergescheuertes c4 buggy wie funktioniert das? ausgeschaltet bsd ich hab verstanden wie es funktioniert aber es war nicht ganz schön scheiße verbündete drohne nähert sich dann wisst ihr UD-Board der selbst mit Funktionen hat ja UD-Board wir haben einen LMG gefunden Willkommen im Club Achievement möglich er hat eine unnötige Scheiße gefunden wer hilft mir ich weiß nicht wenn das Spiel jetzt nicht so viel Lähne als MW2 eigentlich ist das genau das gleiche nur mit anderen Waffen und einem anderen Movement und was noch beschissen ist aber dafür gehen die KC ich finde am gehen hier die Killswix nicht so auf den Sack dann wäre ich was daran dass alle Scheiße sind in diesem Spiel sonst keiner schafft Killswix zu kriegen ja das ist das Schiff keiner schafft das wahrscheinlich gibt es die mega nerfigen Sachen aber doch 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 Timo Guck dir dieses ja überlebt meine APG diese rollenden Dinger die waren eben schlimm ja ich hatte weiter übelst abfuckt Schwebeladung eingesetzt ich hab wieder so ne tolle Schwebeladung Vitra trullala die Schwebeladung ist wieder da ich hab einen Schwebeladungsabschuss ja ich hab nicht mal geschossen wo war denn das ein Abschuss dann hat er noch mehr Waffen er steckt das Gefütze bereits er hat auf jeden Fall mal ne zweite Woche ne warte mal gib mir eigentlich ne Boah Hut wir haben die Hotdog Klasse noch nie gespielt äh ich hab ich spiel mal nur die Mitte also ich spiel mal die Standard Klasse 2 und das ist mein Geschütz ich hab noch ne 95 für den aber mir hat die Shark was zwar diese äh ich weiß nicht mal Kuda das ist ne 4 5 verschnitt nice danke Stefan mal die Stadion X-Man Shifter natürlich wieder in der Not neiiiin ich bin tot äh okay da ist einfach passiert Schwebeladung erwartet Aufgaben Hi Hi ich hab irgendwas ich hab schon wieder ne blöde Schwebeladung spaaacelaps duu du 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 Marc Ah das hab ich vorgeschossen oder so und dann ja da kann man auch vor stehen also ähm oh noch dä 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 Kontern los! Drohne bereit zum Einsatz Was für Cackmenschen Oh ich hab Ich habe eine Drohne, das freut mich natürlich nicht. Schade. Drohnen Assist. Drogen. Drogen Assist. Drogen. Drogen Mission. Oh shit, da kommt mein Revolver. Revolver. Ich habe bei dieser Klasse keine Granate dabei. Oh. Oh. Nein. Ich bin gut. Ich habe den schlechtesten feine Kill der Welt geschafft. Guck dir den Pink an, schnell guckt auf den Pink. Jetzt guck dir mein krassen feine Kill an. Das Schweine im... Ja, ja, hm, hier noch ein Witzkirchen, hier. Du hast du mit der Pink, wo steht denn überhaupt der Pink? In deinem... Ein Einsatz. Knipping. Knipping. In einem... Aja. Wenn du Tab drückst und dann steht er ja ganz recht. Ach du Scheiße, 162. Gut, ne? Ja. Oh, das war der Erster. 25,11. Zwei... Oh, das war natürlich ja easy. Oh, Fehler. Verbindung zum Host verloren. Oh. Ich hasse dieses Spiel, das ist so schlecht. Dramatik. Jetzt... Dramatik.